Hallo, mein Name ist Mike Eses und ich freue mich sehr, Ihnen etwas über die Nutzung von Mantelwellensperren für die MR-geführte Mikrowellenablation erzählen zu dürfen. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Student an der Otto-von-Gericke-Universität in Magdeburg im Master of Medical Systems Engineering und habe zusätzlich eine Stelle als HIV, also als Hilfswissenschaftler, am Forschungscampus Stimulate inne und werde dort vom Lehrstuhl für EMV betreut. Warum die Mikrowellenablation so wichtig ist, möchte ich darlegen, indem ich ganz kurz auf die Beschwerkerungsentwicklung der letzten Jahre eingehe. Hier links sieht man die Lebenserwartungen in Deutschland und man sieht, dass sowohl Männer als auch Frauen durchschnittlich einfach älter geworden sind. Hier rechts sieht man die Krebsinzidenz in Deutschland, sprich die neuen Krebsfälle pro Jahr. Um etwas auf die Zahlen einzugehen, würde ich gerne den Durchschnitt betrachten, was das Lebensalter betrifft. Hier in Rot dargestellt, da wurden die Leute 1999 etwa 78 Jahre alt und 2016 werden sie schon 80,8 Jahre alt. Um hierfür dann auch noch die Krebsinzidenzen, die gesamten Krebsinzidenzen zu betrachten, sprich die Zahlen von Männern und Frauen addiert, sieht man, dass 1999 etwa 408.000 Menschen Krebs hatten und 2016 haben bereits 492.000 Menschen Krebs. Das ist ein Zuwachs von etwa 20,6%. Das heißt, man hat immer mehr alte Menschen und immer mehr Menschen mit Krebs und dementsprechend auch immer mehr alte Menschen mit Krebs. Und für diese sind herkömmliche Krebsbehandlungsmethoden, wie zum Beispiel Operation, Bestrahlung oder Chemotherapie, einfach äußerst belastend und teilweise sogar gar nicht mehr machbar. Daher ist es notwendig, sich alternative Behandlungsmethoden zu überlegen, wie zum Beispiel die Mikrowellenablation. Das ist eine minimalinvasive Methode zur Thumbahnbehandlung. Das heißt, sie ist nur Nadelstich basiert. Die Nadel ist etwas dicker als eine herkömmliche Nadel zum Blutabnehmen. Das heißt, es ist schon ein bisschen größere Wunde als beim Blutabnehmen, aber trotzdem ist es immer nur noch ein Nadelstich. Bei dieser Methode wird dann eine Temperatur im Gewebe umgesetzt. Das heißt, das Gewebe wird erhitzt und dadurch wird der Tumor abgetötet. Mit einem Sicherheitssaum von etwa 5 mm oder mehr kann man die Rezidivrate erheblich senken. Das heißt, der Krebs tritt weniger wahrscheinlich wieder auf. Wenn die Rezidivrate hoch ist, dann würde der Krebs aller Wahrscheinlichkeit nach wieder auftreten. Das Ganze muss natürlich mittels Bildführung positioniert werden, denn man möchte ja die Nadel innerhalb dieses hier in dunkelgrau dargestellte Tumor einführen. Der sich hier in dem hellgrauen Leberlappen befindet. Und da das Ganze eben nicht aufgeschnitten wird, sondern von außen eingeführt wird, braucht man eben eine Bildführung. Die typischen Bildgehungsmodalitäten wären zum Beispiel Ultraschall, welcher besonders günstig ist und auch eine sehr hohe Verfügbarkeit hat. Jedoch hat er nur eine sehr geringe Eintrinktiefe und einen sehr hohen Rauschanteil. Das heißt, man kann tiefer liegende Tumore nicht finden und auch so sieht man auf so Ultraschallbildern nicht immer sehr viel. Dann gibt es die Computertomographie. Da ist der Vorteil, dass es momentan eben Stand der Technik ist und dementsprechend eine hohe Verfügbarkeit vorhanden ist. Jedoch gibt es einen sehr schlechten Weichfallkontrast. Das heißt, man kann sehr schlecht zwischen dem gesunden Gewebe und dem tumorösen Gewebe unterscheiden. Was aber natürlich sehr wichtig ist, denn man möchte ja nicht zu viel gesundes Gewebe abtöten. Außerdem wird hierbei mit ionisierender Strahlung gearbeitet. Das heißt, sowohl der Patient als auch der Arzt bekommen hier eben eine Dosis von ionisierender Strahlung ab. Dann gibt es noch die Magnetresonanztomographie, mit der wir eben arbeiten. Da sind die Vorteile, man hat eben keine ionisierende Strahlung. Man hat einen sehr hohen Weichteilkontrast. Das heißt, man kann sehr gut zwischen dem hier dargestellten Tumor und der Leber in diesem Fall unterscheiden. Man kann auch als Alleinstellungsmerkmal direkt aus der Bildgebungsmodalität selber Temperaturkarten erstellen und kann damit eben quantifizieren, ob der Tumor abgetötet worden ist oder nicht und ob der Sicherheitsraumsraum eingehalten worden ist oder nicht. Das dient auch als Alleinstellungsmerkmal des MRs. Dann gibt es natürlich auch noch ein paar Nachteile und der wohl größte Nachteil ist, dass das MR sehr anfällig gegenüber Interferenzen von externen Geräten ist, wie es zum Beispiel unser Mikrowellenablationsgenerator wäre. Das führt dann dazu, dass man eben auch sehr starkes Rauschen in dem Bild bekommt. Aber gerade für Temperaturkarten braucht man ein Artefakt und rauscharmes Bild. Eine reale Ablation würde in etwa so aussehen. Da ist hier ein MRT. In diesem ist der Patient eingebracht. Das hier ist die Zuleitung der Ablationselektrode. Und dann gibt es eben noch ein paar andere Geräte und natürlich auch Ärzte und Schwestern, die diese Operation beziehungsweise diesen Eingriff überwachen und durchführen. Dabei kommt es eben zu Störungen, die sich auf den langen Zuleitungen bilden, die wir dämpfen möchten. Diese Störungen sind Gleichzeitströme bei der Frequenz von 123,25 MHz, die bei einem 3-Tesla-MRT eben zur Bildgebung genutzt werden. Und daher müssen diese Störfrequenzen gedämpft werden. Außerdem haben wir noch ein paar weitere Anforderungen. Wir wollen zwei Koaxialkabel durchführen, da die Ablationselektrode eben zwei Koaxialkabel benötigt, da eins davon zum Transport der HF-Leistung dient und das andere zu einem intern verbauten Temperatursensor wird. Außerdem muss das ganze Dämpfen in einer klinischen MRT-Umgebung stattfinden. Das heißt, es muss nicht magnetisch sein aufgrund des starken Magnetfeldes des MRTs und es muss auch irgendwie mit Sterilität im klinischen Sinne vereinbar sein. Wenn man hierbei dann die typischen Möglichkeiten der Dämpfung sich mal genauer anguckt, kann man eben Verriete nicht nehmen, da diese nicht magnetisch sind. Nicht, nicht magnetisch, Verzeihung. Und so ein Chöp-Balloon oder ein Bazooka-Balloon würde dazu führen, dass das Kabel an Sterilität verliert, da man dort an den Kabelschirm heran müsste. Das Kabel aufrollen ist nun mal auch nicht sonderlich praktikabel, da es sehr ungenau ist und nicht sehr reproduzierbar in einer klinischen MRT-Umgebung. Daher fallen diese Möglichkeiten alle raus und wir haben uns dazu entschieden, die Floating Cable Trip zu nutzen, da diese eben auf unsere Bedürfnisse angepasst werden kann. Diese ist prinzipiell aufgebaut wie ein Stück Koaxialkabel, sprich man hat einen Außenleiter, einen Innenleiter und zwischen beiden ein Ge-Elektrikum. Die Resonanzfrequenz, eben bei uns 123 MHz, kann über den Abschluss mit Kondensatoren eingestellt werden. Außerdem sieht man auch hier, wir können zwei Koaxialkabel ganz bequem durchführen. In der Realität haben wir das dann so gelöst, dass wir einen 3D-Druck aus Polycarbonat genutzt haben mittels Schienensystem und außen drauf Kupferfolie und innen drin auch Kupferfolie aufgeklebt haben und diese dient dann eben als Innen- und Außenleiter und dann haben wir eben einen Kondensator eingelötet. Dieser ist auch ein spezieller nicht-magnetischer Kondensator, der seine Eigenschaften eben in starken Magnetfiltern nicht verändert. Um zu wissen, was für einen Kondensator wir einlöten müssen, haben wir das Ganze simuliert im Simulationsprogramm Cooks, Quite Universal Circuit Simulator, mit diesem Simulationslayout und haben das mit einem Parameterdurchlauf für die Kapazitäten C bewerkstelligt und haben eben für die Tuning-Frequenz, also die MRT-Lama-Frequenz bei uns von 123,25 MHz optimiert. Dafür kriegen wir dann eben eine solche Impedanzkurve hinaus und wir haben die maximale Impedanz bei einer Kapazität von 180,172 Picofarad. Dementsprechend haben wir 180 Picofarad eingelötet in die Mantelwellensperre und diese ganze Floating Cable Trap-Anordnung dann eben an einem Netzwerkanalysator mit einer S21-Messung verifiziert. Dabei haben wir eben auch zwei Croxial-Kabel aufgebracht. Diese wurden mittels Verriebt-Klemmen direkt an den Port 1 und den Port 2 angeschlossen des Netzwerkanalysators und zwischen beiden ist man die Floating Cable Trap. Dann haben wir eben die Dämpfungskurve genommen, einmal mit Floating Cable Trap, einmal ohne, ohne Floating Cable Trap in gelb, mit in blau und hier sieht man die Zielfrequenz von 123,25 Megahertz und man sieht schon, dass wir mit unserem Dämpfungspiek sehr, sehr genau diese Frequenz treffen. Die Abweichungen können davon kommen, dass wir nicht die 0,172 genutzt haben, da wir so kleine Kondensatoren nicht da hatten oder aber eben von Lötstellen oder anderen Hardware-Abweichungen wie unterschiedlichen Kupferlängen der Kupferfolie und dadurch eben einer anderen Induktivität, die sich durch die Kupferfolie ergeben hat. Denn das Ganze ist ja ein Resonanzkreis, der sich aus Kapazität und Induktivität ergibt. Genau, unser Versuchsaufbau für die MRT-Messung, da wir natürlich auch wissen wollten, wie sich das Ganze in der MRT-Umgebung eben verhält, orientiert sich hierbei sehr stark am interventionellen MRT und sah dann so aus. Wir haben hier eine Elektrode in ein Wasserphantum eingebracht, haben darüber eine Empfangsspule gepackt und dann nach und nach die Floating Cable Traps aufgebracht. Bei einer Alarmwaffequenz von 123 MHz hat man eine Wellenlänge von etwa 2,43 Metern und unsere Floating Cable Trap-Abstände untereinander sind eben 70 Zentimeter und dadurch etwa langer Viertel. Die erste Floating Cable Trap wurde jedoch experimentell ermittelt, bei einer Messung, bei der die Dämpfung maximal war und die anderen haben sich dann eben über diese 70 Zentimeter Abstände verteilt. Um das Ganze jetzt eben zu messen, haben wir die Empfangsspule nur auf Empfang gestellt. Das sieht man hier, das ist dann das Rausch-Spektrum und haben danach noch ein Referenzbild gemacht, eben jeweils mit der gleichen Anordnung. Das sieht man hier, das ist ein Gradient-Echo-Bild. Gradient-Echo ist hierbei eine spezielle Art der Bildgebung. Jedoch möchte ich hier hauptsächlich auf die Rausch-Spektren eingehen, da diese hier von größerer Bedeutung sind erst mal. Nachdem wir nur das Grund-Rausch-Spektrum, das im MR vorherrscht, also ohne irgendwelche externen Geräte aufgenommen haben, haben wir dann ein weiteres aufgenommen, in dem wir noch keine Floating Cable Trap aufgebracht haben, aber den Mikrowellen-Ablationsgenerator im Stand-by betrieben haben, was momentan auch noch sehr wichtig ist, da die Bildgebung und die Ablation momentan ein bisschen getrennt sind. Das heißt, wir betreiben erst Bildgebung, dann die Ablation, wenn die Bildgebung vorbei ist, dann wird abladiert und dann, sobald die Ablation fertig ist, wird nochmal eine Bildgebung gemacht. Das heißt, während dieser Bildgebung-Sequenzen ist der Mikrowellen-Ablationsgenerator jedoch im Stand-by. Da sieht man hier eben, dass wir ein deutliches Anheben der ganzen Spektrumskurve haben und dann haben wir eben nach und nach Floating Cable Traps aufgebracht. Erst eine, da sieht man schon, es gibt ein bisschen eine Dämpfung. Bei der zweiten gibt es nochmal eine Dämpfung, bei der dritten gibt es nochmal eine Dämpfung. Man sieht auch hier rechts bei den Gradient Eco-Bellen, dass der Rauschanteil etwas geringer wird jeweils. Und beim Anbringen einer vierten haben wir wieder eine Erhöhung der Spektrumskurve und dementsprechend vermutlich auch eine Erhöhung des Rauschanteils im Bild. Das heißt, wir haben hier eine parasitäre Kopplung. Nun haben wir die Signal-to-Noise-Ratio innerhalb dieser MR-Bilder gerechnet, um eben den Rauschanteil zu berechnen. Das Ganze erfolgt nach der IEC-Norm. Bei Gradient Eco-Aufnahmen ist es so, dass man mehrere Aufnahmen in einer Schicht macht und diese dann mittelt, um ein möglichst gutes Bild zu erhalten. Um jetzt die Signal-to-Noise-Ratio zu berechnen, nimmt man das erste Bild von dieser einen Schicht. Das ist hier links, wäre das das zum Beispiel, definiert sich eine Region of Interest, also eine ROI und berechnet davon den Mittelwert. Dann zieht man das Ganze von dem nächsten Bild ab in dieser Schicht und erhält dadurch eben ein pixelweißes Differenzenbild, hier rechts dargestellt, und überträgt dann die ROI vom ersten Bild, also die Region of Interest, in das zweite Bild und berechnet die Standardabweichung. Und das Signal-Rausch-Verhältnis ergibt sich dann über diese Formel, also den Mittelwert der Region of Interest geteilt durch die Standardabweichung durch Wurzel 2. Das Ganze haben wir natürlich auch gemacht. Hier möchte ich nur mal auf die wichtigsten eingehen eben, und zwar hier grün umrandet, die Referenz mit reiner Bildgebung, da haben wir ein SNR von etwa 49,73 berechnet, da gibt es noch ein paar Nachkommastellen, deswegen ist es hier nur gerundet. Und sobald wir den Mikrowellen-Ablationsgenerator einschalten, aber noch keine Floating-Cable-Trap eingebracht haben, senken wir damit das Signal-Rausch-Verhältnis auf etwa rund 16, also 15,9 hier im Orange dargestellt. Nun erhöhen wir das Ganze wieder bei drei Floating-Cable-Traps auf 44,3. Das sieht man hier. Das ist schon mal ganz gut, aber leider haben wir eben, auch hier sieht man es wieder, auch im Signal-Rausch-Verhältnis im Bild, haben wir hier 43,2, das heißt unser Signal-Rausch-Verhältnis wird wieder schlechter. Das bringt mich dann auch schon zu meinem Fazit. Also wir haben unser bestes SNR eben mit drei Floating-Cable-Traps, also mal abgesehen eben von dem Grund-SNR und von dem Grund-SNR erreichen wir eben mit drei Floating-Cable-Traps wieder etwa 88,5% davon, was schon sehr gut ist. Jedoch haben wir eben eine parasitäre Kopplung nach drei Floating-Cable-Traps, das heißt wir verschlechtern uns wieder. Das heißt wir dämpfen schlechter. Um dieses parasitäre Kopplungsverhalten eben weiter zu untersuchen, möchte ich ein bisschen auf den Ausblick eingehen. Da haben wir einen solchen Teststand, den wir gerade am Aufbauen sind, um eben das Ganze besser zu verstehen und zu untersuchen und gegebenenfalls auch verhindern zu können. Außerdem möchten wir die Temperaturabhängigkeit einer der einzelnen Floating-Cable-Traps etwas betrachten, da das Systeme von hoher Güte sind und wir natürlich da auch gerne Bescheid wissen. Außerdem wäre es auf lange Sicht natürlich auch sehr schön, wenn wir das Ganze während des aktiven Ablationsprozesses benutzen könnten. Das heißt, wir betrachten es ja momentan nur im Stand-by-Modus, weil wir die Bildgebung und die Ablation trennen und schön wäre es, das Ganze zu kombinieren, also Ablation und Bildgebung gleichzeitig betreiben zu können. Das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und falls noch Fragen sind, mein Kontakt ist mike.gesis.aufgu.de Auf Wiedersehen.